Hallo, Kackbratzen! Oiguaillon, dimm' mir! Oh, Frau! Che caz stai facem'n? Chi sta a macchina? I sviri stanno piapiccià! Non te preoccupà! Sto arrivanne! Wenn es ein Genre gibt, das man auch dann noch locker zocken kann, wenn man in seiner Kindheit zu viel Klebstoff geschnüffelt hat, dann sind es Rennspiele. Grundsätzlich braucht man nur eine halbwegs gute Hand-Augen-Koordination und man hat eigentlich schon so gut wie gewonnen. In den letzten 200 Jahren der Videospielgeschichte wurde der Markt mit unzähligen Rennspielen überflutet und ihr seht schon, dass ich hier mit dem Holzhammer irgendwie versuche eine extrem schlechte Überleitung durchzuboxen, denn eigentlich wollte ich auf Züge zu sprechen kommen. Rennspiele und Zug-Simulationen sind allerdings Dinge, die irgendwie nicht unbedingt miteinander harmonieren wollen. Auf der einen Seite haben wir PS-starkere Nautos, die mit Vollgas über den Asphalt heizen und auf der anderen Seite haben wir tonnenschwere Stahldinger, die eher langweilig auf festen Schienen durch die Landschaft gurken. Und eigentlich ist das ein ziemlich unfairer Vergleich, denn Züge sind großartig. Leider fristet das Zugspiel-Genre etwas ein Schatten das ein. Es gibt zwar ganz nette Simulatoren, wobei die Densha de Go Serie wohl das großartigste Franchise auf der PS1 und PS2 war, aber wenn ich mir das alte Video zu Densha de Go so anschaue, dann scheint es, dass sich für dieses Genre keine Sau interessiert. Das ist ein Skandal. Sind Eisenbahnspiele einfach zu langweilig oder was ist los mit euch? Ihr braucht mehr Adrenalin? Wie wäre es denn mit einem Rennspiel, in dem ihr euch nicht hinter das Steuer eines Autos hockt, sondern stattdessen mit einem Zug durch die Landschaft rast? Gibt es nicht? Aber sicher gibt es das. Im Jahr 2001 wurde mit Extreme Express das erste und leider auch das letzte Zugrennspiel aller Zeiten veröffentlicht. Es klingt vermutlich nach einem absoluten Fiebertraum und das dümmste Spiel, das jemals veröffentlicht wurde, aber mal ehrlich? Es ist wohl eines der abgefahrensten Spiele, die es je auf der PS2 gegeben hat. Man muss schon einen sehr speziellen Geschmack und einen kleinen Dachschaden haben, damit man etwas Liebe für so einen absoluten Müll empfinden kann. Zum Glück habe ich beides und deswegen möchte ich euch diese Perle nicht vorenthalten. Das von Syscom entwickelte Extreme Express wurde zunächst im Jahr 2001 unter dem Namen Densha de Battle World Grand Prix in Japan veröffentlicht und dank den Koksnasen von Midas Interactive dann auch ein Jahr später in Europa. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wie ich überhaupt in Besitz dieses wundervollen Spiels gekommen bin. Es scheint so, als hätte sich diese Perle von einem Tag auf den anderen in meiner Sammlung manifestiert. Und bevor ich überhaupt kapiert habe, was vor sich geht, hat sich mein Gehirn irgendwie selbst einen Bluescreen verpasst und ich saß wie hypnotisiert vor dem Bildschirm. Vermutlich, weil ich eben geistig total weggetreten war. Und ich weiß, dass das komplett absurd klingt, aber Extreme Express ist tatsächlich eines der besten Rennspiele, die es je auf der PS2 gegeben hat. Ach was sag ich, es ist insgesamt wohl eines der besten Rennspiele überhaupt. Wie jedes andere stinknormale Rennspiel gibt es auch in Extreme Express einen Grand Prix Modus, mit dem man neue Strecken und Züge freischaltet. Und weil Rennspiele an sich nicht schon herausfordernd genug sind, gibt es auch zahlreiche Nebenaufgaben zu bewältigen, wie etwa ein Rennen zu beenden, mit weniger als fünfmal die Spur zu wechseln oder mit einem Gegner zusammenzustoßen. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig wild, das ist es auch. Und da Extreme Express ein ziemlich rasantes Spiel ist, wird man unglaublich oft ins Schwitzen geraten. Denn die Kolosse aus Stahl sind nicht dafür bekannt, dass sie sich äußerst geschmeidig mit Speed in die Kurve legen. Wer zu schnell ist, läuft Gefahr, dass sein Zug entgleist, weshalb man immer ein Auge auf die Bremse werfen sollte. Wer ein typisches Rennspiel gewohnt ist, muss also in Extreme Express komplett umdenken und seinen Fahrstil entsprechend anpassen. Züge fahren eben nicht auf Asphalt, sondern sind auf Gleise angewiesen, die bekanntlich nicht sehr viel Spielraum bieten. Verlässt man die Schienen, wird der Zug ein Weilchen über den Schotter rumpeln und man muss kämpfen, bis er wieder die sicheren Gleise gefunden hat. Nicht aber nur das Geschwindigkeitsmanagement ist das A und O des Spiels, sondern eben auch die Neigung in den Kurvenfahrten. Im Prinzip muss man sich so einen großen Zug wie ein Moped vorstellen. Will man eine Kurve mit Speed nehmen, muss man dafür sorgen, dass sich sein Fahrzeug entsprechend in die Kurve hineinlegt. Mit dem rechten Analogstick gilt es also mit Bedacht sein Gewicht zu verlagern. Allerdings hat auch die Physik ihre Grenzen und so hat es manchmal den Eindruck, dass diese Gameplay-Mechanik total nutzlos ist und so eben alles komplett aus den Fugen gerät. Besser ist es eben, wie vorhin erwähnt, den Zug mittels den Bremsen unter Kontrolle zu bringen. Dieser Drahtseilack zwischen Vollgas und leichten Bremsen samt der Gewichtsverlagerung gibt dem Rennspiel eine ganz besondere Note. Und wer bisher noch nie Extreme Express gespielt hat, kann diese unglaubliche Faszination dieser Mechanik wohl nicht begreifen. Es stellen sich die Gänsehaare auf, wenn sich eine Seite des Zugs von den Gleisen anhebt und das tonnenschwere Ungetüm durch die Kurven heizt. Es ist eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Und so absolut absurd es klingt, Extreme Express ist reine Poesie. Denn auch wenn die Züge auch noch so tonnenschwere Klötze sind, fliegen sie leicht wie eine Feder über die Schienen, als seien sie beinahe schon schwerelos. Der Beruf des Rennsport-Lokführers ist aber kein Zuckerschlecken. Denn während man so seinen Stahlelefanten durch die Landschaft donnern lässt, wird man mit einer Vielzahl an Komplikationen konfrontiert. Wir erinnern uns, während Autos auf dem Asphalt zu jeder Zeit einen Spurwechsel ausführen können, sind Züge in der Regel auf Schienen unterwegs, von denen man eben nicht einfach so von einem Gleis zum anderen springen kann. Da dies einige Nachteile mit sich bringt, ist wohl offensichtlich. Dies erkannte aber bereits im Jahr 1797 ein gewisser Engländer mit dem Namen John Curr. Er gehört wohl zu den Erfindern der Weiche, die das Abzweigen eines Zuges auf den sonst sehr festgelegten Pfaden erst möglich machte. Merkt euch das? Vielleicht braucht ihr dieses nutzlose Wissen mal in einem Aufsatz. Und da heißt es, dass man bei mir nichts lernen würde. Da ein Rennspiel ohne Spurwechsel eine komplett spaßbefreite Sache wäre, hat man an strategischen Orten auf der Strecke einige Weichen verteilt, an denen man blitzschnell das Gleis wechseln kann. Allerdings sollte man ebenfalls blitzschnelle Reflexe mitbringen, damit man auch im rechten Moment auf die L1 oder R1-Taste klickt, um den Gleiswechsel auch durchführen zu können. Netterweise bombardiert einem das Spiel schon vorher mit äußerst nervigen Pfeilen, damit man den nächsten Abzweig auch nicht verpasst. Und hier entfacht der wahre Kampf zwischen den Stahlrössern. Wenn ihr Mario Kart schon äußerst hektisch empfindet, solltet ihr vor dem Spielen von Extreme Express lieber einen großen Schluck Melissengeist nehmen, denn die brachialen Positionskämpfe in diesem Spiel werden auch das letzte Gramm Aufmerksamkeit von euch abfordern. Wie in einem spannenden Rennen auf Asphalt wird man früher oder später einen Kontrahenten vor seiner Stoßstange haben. Entweder hat man den eindeutig schnelleren Wagen und kann mit Leichtigkeit überholen oder man benötigt viel Geduld, Windschatten und ein glückliches Händchen in der nächsten Kurve, um an seinem Gegner vorbeizuziehen. Dies ist selbstwehrfreilich auch in Extreme Express möglich. Ich weiß, dass das komplett übertrieben und total bescheuert klingt, aber ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Aber wenn man mal ewig hinter einen Zug im Stau steckt und endlich eine Weiche kommt, mit der man die Spur wechseln kann, lässt es das Adrenalin in die Höhe steigen. Oder man eiert über Kilometer neben einem Zug her und wechselt dann vor einem Kontrahenten das Gleis, sodass der Arsch der Lok den Gegner vom Gleis haut. Das gehört einfach zu den Highlights des Spiels, das kein anderer Racer euch bieten kann. Und genau diese Technik, also einen Gegner zum Entgleisen zu bringen, gehört einfach zum A und O, wenn man überhaupt einen Blumentopf gewinnen möchte. Aber auch die Gegner sind nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen und werden euch mit der gleichen dreckigen Taktik das Leben schwer machen. Vor allem in den späteren Level, in denen man unbedingt einen ersten Platz erreichen muss, um weiterzukommen, werden euch unheimlich den Blutdruck ansteigen lassen. Was in Extreme Express besonders toll gelungen ist, sind die wunderbaren Landschaften, durch die man mit einem Affenzahn reisen wird. Wir tuckern durch die verschneite Tundra, vorbei an besiedelten Gebieten und zwängen uns auch durch enge Bahntunnel. Es gibt idyllische Bahnhöfe, die mit Laub überwuchert sind und manchmal können wir dank strategisch platzierten Weichen sogar versteckte Wege finden. Bei all der Geschwindigkeit gibt es allerhand zu entdecken und es wird optisch niemals langweilig. Der beste Teil des Spiels ist aber, wie man ein Rennen beenden muss. Normalerweise drückt man in einem Racer vor der Ziellinie nochmal so richtig auf die Tube, um mit einem Affenzahn über die Ziellinie zu rasen. Extreme Express ist ja gewissermaßen ein Zugsimulator auf Koks und wie es sich für Züge gehört, beenden sie jede Fahrt an einem Bahnhof. Anstatt also nun über die Ziellinie zu rasen, müssen wir unser Rennen mit einem perfekten Halt am Bahnhof beenden. Wie wir wissen, lassen sich die tonnenschweren Loks nicht auf der Stelle bremsen, was den Halteweg äußerst langwierig macht. Genau diese Mechanik hat uns schon im Simulator Denture de Go das Genick gebrochen. Wenn wir nun also den Haltepunkt verpassen, müssen wir in den Rückwärtsgang schalten und im Schneckentempo bis zum Bahnsteig tuckern. Wer also seine Zielanfahrt nicht richtig einschätzt, verliert nicht nur seine Würde und bringt Schande über seine Familie, sondern man wird mit absoluter Sicherheit auch das Rennen verlieren, egal wie schnell man vorher auf den Schienen unterwegs war. Extreme Express ist wohl das intensivste und schwierigste Rennspiel, das wohl je entwickelt wurde. Oberflächlich scheint es wohl der dümmste Racer aller Zeiten zu sein, aber wenn man mal einige Stunden mit dem Spiel verbracht hat, wird man feststellen, dass das Spiel... Nun, um ehrlich zu sein, ist Extreme Express auch noch nach 12 Stunden trotzdem noch das seltsamste und dümmste Rennspiel aller Zeiten, aber es hat Potenzial. Das Spiel ist Adrenalin pur und eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Man muss sich Sorgen machen, dass der Zug nicht entgleist, muss mit hartnäckigen Gegnern kämpfen und selbst der Zieleinlauf ist wohl der stressigste, den wir je in einem Racer erlebt haben. Als ich das erste Mal das Spiel gesehen habe, wusste ich auch nicht, was für ein schlimmes Gras die Entwickler geraucht haben, aber dann legt man die CD ins Laufwerk ein und bekommt ein Spiel um die Ohren gehauen, das es wirklich in sich hat. Ich weiß, dass ich übermäßig übertrieben für dieses Spiel schwärme, aber das hat einen guten Grund. Erstens sind Züge einfach klasse und zweitens liebe ich Rennspiele und so absolut dumm auch die Idee klingen mag, diese beiden Welten, die eigentlich absolut nichts gemeinsam haben, dann doch irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Ja, dann holler die Waldvieh. Wer kann denn bitte nicht dieses absurde Spiel lieben? Es ist die ungesunde Faszination, diesen dicken Lokomotiven dabei zuzusehen, wie sie mit absolut lächerlicher Geschwindigkeit durch die Landschaft rasen. Eigentlich darf dieses Spiel nicht existieren und trotzdem haben die Leute von CISCOM das eigentlich Unmögliche möglich gemacht. Es gibt gefühlt 350 Millionen Rennspiele, in denen man immer denselben gleichen Scheiß macht. Man steigt hinters Lenkrad und rast von A nach B. In Extreme Express macht ihr zwar denselben gleichen Scheiß, aber mit einer Lokomotive. Wie man den Zug kontrolliert, ist zwar total kacke, aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Wenn ihr also Rennspiele liebt und auch einen kleinen ungesunden Fimmel für Züge habt, dann müsst ihr unbedingt Extreme Express in das Laufwerk eurer PS2 werfen. Schaltet am besten euer Gehirn aus und stellt eure Vorurteile einen Augenblick auf die stille Treppe und ich kann euch den größten Spaß eures Lebens garantieren. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritratolala Untertitelung des ZDF, 2020